Die Urban Future ist Treffpunkt für Menschen, die Städte verändern, die Städte nachhaltiger machen. Aus allen möglichen Bereichen, seien das jetzt Experten aus Fachabteilungen, Politiker, junge Unternehmer, große Unternehmer, ganz egal. Die Menschen, die ganz aktiv Dinge anpacken und verändern, die treffen sich da. Wir brauchen Transformation, Veränderung und Innovation auf breitester Front. Bei der Mobilität und in der Mobilitätswirtschaft, bei der Energieerzeugung und beim Energieverbrauch, bei der Digitalisierung, beim sozialen Zusammenhalt, beim Wohnen und Bauen. Und Stuttgart ist eine Stadt der Erfinder, der Tüftler und der Schaffer und deswegen ist Stuttgart der richtige Ort für die Urban Future Conference. Stuttgart ist eine äußerst interessante Stadt, weil Stuttgart hat einerseits sehr viele Herausforderungen, die andere Städte auch haben, sei das jetzt beim Wohnraum, sei das jetzt beim Verkehr, aber auf der anderen Seite gleichzeitig haben die auch sehr viele wirklich tolle Erfahrungen, tolle Dinge umgesetzt, die andere Städte von ihnen lernen möchten. Und daher ist das ein super Ort, um zusammenzukommen, Dinge herzuzeigen und zu lernen.